Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist René von teachdich.de. Heute geht es um das Thema Amazon Affiliate Marketing. Kann man passiv Geld verdienen im Internet mit Amazon Affiliate Marketing? Ja, um das abzukürzen, es funktioniert, es ist überhaupt kein Problem. Du bekommst nur nicht so viel Geld oder so viel passives Einkommen mit Amazon Affiliate Marketing. Es gibt andere Affiliate Programme, mit denen du mehr Geld verdienen kannst im Monat. Aber das Amazon Affiliate Partner Programm kann ich dir sehr empfehlen, um in die ganze Materie einzusteigen, weil es eine sehr niedrige Einstiegsbarriere ist. Du kannst dich ganz einfach anmelden und du hast ein Riesenportfolio an Produkten, auf die du zurückgreifen kannst und die du bewerben kannst. Ich habe vor einigen Jahren auch damit begonnen, Amazon Affiliate das Partner Programm zu nutzen und auf meinen Websites Produkte zu platzieren, Produkte anderer Händler, für die ich dann Provisionen bekomme. Und ich schaffe oder bekomme pro Monat zwischen 70 und 80 Euro Amazon Affiliate Provisionen zugegeben. Das ist nicht sehr viel, aber es ist ein passiver Einkommensstrom, der nicht versiegt, der dir Monat für Monat Geld in die Kasse spült. Wenn du genau wissen möchtest, wie das funktioniert, dann habe ich einen Videokurs für dich. Den verlinke ich dir hier unten. Der kostet eigentlich 99 Euro. Zwei Stunden lang eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Du bekommst den für 9,99 Euro, wenn du den anschauen möchtest. Ansonsten kann ich dir das Ganze in Kürze jetzt mal darlegen, wie das funktioniert. Du meldest dich an beim Amazon Partner Programm. Partnernet.amazon.de heißt die Website. Dort meldest du dich an mit deinen ganzen Kontaktdaten. Dann musst du deine Bankverbindung oder deine PayPal-Daten hinterlegen, damit du das Geld auch ausbezahlt bekommst. Dann kannst du beginnen, dir einzelne Produkt-ID erst mal anzulegen. Also du kannst dir für verschiedene Produkte auch verschiedene IDs anlegen, damit du am Ende siehst, welches Produkt von welcher Website kam. Und damit du nachvollziehen kannst, welche Websites denn sehr gut konvertieren, über welche Websites du viele Einvieleinkommen generierst. Und im Weiteren erstellst du dir Produktlinks. Entweder Produktlinks für einzelne Produkte, für eine ganze Produktkategorie, für eine Produktseite auf Amazon. Also es gibt hier vielfältige Möglichkeiten. Du kannst dir auch Banner-Links erstellen. Dann können Leute auf einen Banner klicken, kommen zu Amazon und du bekommst dann eine Provision. Der Provisionssatz liegt bei 1 bis 12 Prozent. Es gibt hierzu eine Werbekostentabelle oder eine Werbekostenerstattungstabelle, die sich regelmäßig aktualisiert und die wird regelmäßig angepasst. Und die verschiedenen Sätze werden dann entweder mal erhöht oder verringert. Man kann zusammenfassend sagen, dass du für digitale, nein nicht für digitale, sondern für technische Produkte weniger Provisionen erhältst, 1 Prozent, 2 Prozent. Für andere Produktkategorien, Baumarkt oder Handwerkerbedarf bekommst du mehr, 7 bis 10 Prozent zum Beispiel. Wenn du diese Produktlinks dir dann generiert hast, kannst du die einbauen, entweder deine Website in deinen Blog, unter deinen YouTube-Channel oder wo auch immer kannst du sie verbreiten. Amazon hat natürlich auch hier Richtlinien, die du dir vorher durchlesen solltest. Also es ist nicht alles erlaubt, aber du hast vielfältige Möglichkeiten, diese Produktlinks dann zu veröffentlichen. Wenn jemand draufklickt und innerhalb von 24 Stunden etwas bei Amazon kauft, bekommst du nicht nur die Provision für dieses Produkt, sondern für den kompletten Warenkorb. Und das ist natürlich eine ganz feine Geschichte. Also wenn jemand einen Fernseher kauft und eine Waschmaschine und noch ein Bett dazu, dann kannst du auch mal im Monat ein paar hundert Euro mit Amazon Affiliate Marketing generieren. Also alles in allem ist Amazon Affiliate Marketing durchaus geeignet, um passiv online Geld zu verdienen. Wie gesagt, wenn du dich dafür interessierst, schau dir meinen Videokurs an oder besuch mich auf teach-dich.de. Dort kannst du dir auch ein Strategiegespräch buchen. Ich beantworte deine Fragen und helfe dir, wenn du nicht weiterkommst an irgendeinen Punkt oder wenn du allgemeine Fragen zu Affiliate Marketing oder Dingen hast, wie man Geld im Internet verdienen kann. Ich wünsche dir einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns in einem meiner anderen Videos wieder. Tschüss! Tschüss!